die gaben luka wir müssen jetzt nicht von vorne anfangen nein nein safety ich glaube alles nein genau man kann auch kapitel auswählen mätze freunde was ist das für ein link wenn ich darauf klicke habe ich glaube alles alles gucke genau da wo wir es jetzt mal aufgehört haben ich sehe es noch nicht ich bin noch nicht drinnen ich suche gerade noch mal hier auf twitch was hey wirklich der passt schon wieder auf in der story hier das ist schon wieder geil ich lebe die story so warte du musst machen schrub auf das ding da das hat noch zeit die mensch mani mach jetzt ich mache doch eine mama ruhe hier dreh die nutter da raus jetzt man und die andere sorge auch noch junge was ist denn da los mensch wer hat das ding nimm doch nimm doch jetzt die scheiße hier ist schwer guck bloß nicht nach unten alter du hast es richtig drauf mensch hau pass an an das ding dann drück doch mal man drücke mani ey mensch das kann doch nicht sein mensch du musst mal ins gym gehen das kann doch nicht sein man jetzt drücke ich ja ey geuss krank oh endlich oh mensch oder muss auch mal ein paar dickere frauen stemmen ey ooo uh oh wo sind oh was dass ich mich wieder ans loch fels junge hoppa dass man hier schönes oh wir sind bestimmt des reichen na 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 ach man hast du einfach durch mich durchgebacken so eine scheiße Warte doch, komm her, Manni. Wir müssen mit dem Ding wieder herfahren. Na, hol mal das Ding ran, so eine Mies-Korre, ey. Zack. Können wir da jetzt hochhoffen? Wir müssen mal noch ein bisschen hören, sprung wie so ein Pferd, ey. Guck dir das an, ey. Man könnte denken, ich werde ein Pferd. Alter, Alter, Junge. Komm her, Manni. Du musst mir wieder ins Arschloch schiechen. Oh, ist das geil. Deine Kimme, Junge. Mann, mach ich jetzt hin, ey. Ich hab nicht ewig Zeit hier. Oh, die Junge, mein Junge. Oh, oh. Eben, du jetzt erziehen lässt, Alter. Gibst du schon, Junge. Oh, 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 oh. Oh, du in geistgrundig, Junge. Schließ auf die Bude, hier. Ich hab doch kein Schlüssel. Ach, guck, guck, ich bin Halk. Oh, 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 oh. Da muss ich aber erst mal ein Langschlern. Da komm ich doch nicht lang, Junge. Ich bin da, guck mal, wie brauche ich dich bin. Oh, da müssen wir jetzt ruhig sein. Da vorne spielen Paul, oh, mein Charakter ist weg. Oh, pass auf. Ich spiel noch Schach. Digga, spielst du mit Kontrollern? Nee, ich spiel nicht. Ah, fuck, warte, ich muss von meinen Kontrollern beschließen. Ah, die... Na, ich bin Schach? Nee, irgendwas anderes wäre, ne? Wollen wir denen mal eine richtige Schaue geben, Junge? Wollen wir nicht vorbeischleichen? Ja, bleib der hinter den Dingern hier. Nee, am liebsten würde ich da reingehen und denen so eine klatschen, ey. Die haben doch gar keine Ahnung von Schach, ey. Nur Schnee vorbei. Ah, siehste, eins, oh, damals haben wir das auch so gemacht. Hier rein, ja. Oh, warte. Hörst du zu, wir müssen auf den Donner warten, okay? Ja. Oh, shit, der Donner, ich weiß, ich weiß. Sofort, wenn, wenn Donner kommt, dann sofort. Mann, dicker, man, hast du den Donner gehört, oder was? Ey, Moni, Moni, heute ist nicht aus, ey. Mach doch mal hin, ey. Mann, dicker, man, dicker, man, dicker, man, dicker, man, dicker, Mann, 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 dicker, Mann Oh, die sind draußen! Mach jetzt keinen Mist, du. Wir müssen ausschalten. Nee, guck, ich hab das gelernt, ey. Mach auf. Ja. Nee, so nicht. Bring ihn um die Ecke. Er hat Angst gesehen. Damit auch eine Kneipe. Eine Schorre gekriegt, ja Olli. Bring ihn um die Ecke. Lass ihn um die Ecke. Lass ihn um die Ecke. Aber komm, ey, wir haben nicht ewig Zeit. Du musst zu meiner schwangeren Frau. Schnell. Du auch. Ach nee, ich hab kein Du schwanger. Schnell. Ja, meine Frau ist schwanger, ey. Die dicke Eiler. Schön, will der dicke macht das alte Ding, ey. Komm mal her, du musst mir hochhelfen. Wie soll ich dir hochhelfen, ey? Komm noch. Ey, wirklich. Manni, nee. Manni, nee. Manni, nee. Manni, nee. Komm jetzt auch, ey. Wies auch schwer, ey, Juni, Juni, Juni. Komm hoch. Oh, da ist sie liegt dann aber noch ein bisschen rein. Aufbrechen. Manni, das geht nur leise, ey. Wies auch krank. Schaff ich das nicht. Ruhig, Juni. Bleib stecken, Juni. So, gucken wir uns das Ganze mal hier an, ey. Das ist aber ein großes Gefängnis, du. Da passen vielleicht zwei Leute von dir rein. Manni, ey. Was ist denn das, ey, Mann? Manni, hier, hier, raus hier. Nee, da bin ich doch, du Idiot, Mensch. Ich hab grad einen Vogel freigelassen. Hoffentlich kackt er dir auf die Stirn, ey. Oh. Nee, nee. No, noch mal, noch mal das Ding drehen. Komm mal her, Manni. Hier, Tür. Shit. Mann, warte doch mal. Wir müssen ihn hier erstmal erkunden. Ist scheiße. Ich frag nicht. Ist scheiße. Wir haben, wir... Manni, komm, Alter. Wir sind richtig noch kagge, Alter. Schnee, Manni. Mann, halt dein Maul. Mensch, du bist nur langgegangen, du. Alter, du, ich die große Tür, Digga. Der witz doch, komm. Müssen wir nach unten, oder was? Wo? Warte. Wo ist sie? Wo ist sie? Na, komm, wir mich sehen. Wir müssen hier ganz auf. Ganz auf. Sichi, und nicht hier rein. Ja, lass durchkommen, hast schon recht, ey. Ich vertraue dir mehr, Manni. Aber, weiß nicht. Vielleicht kann man auch ganz nach unten gehen. Ja, wir müssen ganz nach unten. Sichi. Ich vertraue dir. Vertraue mir, ich dir. Okay, Manni, wir müssen in die falsche Station. Müssen wir doch hier rein? Ja, du bist richtig da. Okay. Aber, ich glaube, die müssen wir gleich ausschalten, du. Aber, was stehen da? Weiß ich nicht noch gar nichts. Nee, aber, hier steht doch gar nichts. Also, gar nichts, gar nichts. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, dann. Komm jetzt. Oh, warte, stop, stop, stop. Manni, nimm den anderen. Manni, warte doch, Digga. Oh, Manni, ey. Hättest du mal die anderen nehmen können, ey. Gott, ich kann, Mann. Manni, die mit ihrer Trillerfeife. Was sollst du denn machen? Ja, ehrlich, Mann. 90. Abfiff. Beste Fiff, ja, ey. Nochmal, komm jetzt. Komm jetzt. Mal ein bisschen schneller, Manni. Du weißt, wie er baugig ich bin. Ja, aber ganz ruhig. Nicht, dass sie das gleich mitbekommen. Komm her. Ich nehm den Listen. Los, los, los. Boah, ey, du bist ja so gut, Junge. Sack umgegeben. Oh, raus, hier. Achtung, mit dem Licht. Hast du gehört? Wo ist denn da Licht, ey? Näher geradezu, du blöd Fisch, du. Achtung, wir kommen nicht runter, ey, wie schnell. Hier ist auch eine Treppe, ey, du. Oh, hier müssen wir wirklich aufpassen mit dem Licht. Oh, Achtung. Ah, ist fit, Mann. Ich hab Anno davor, nee. Okay, bist du auch schon mal aus dem Knast ausgeboren, oder wer hat's? Oh, 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 oh. Ich muss raus aus der Suchlinie. Mensch, mach doch weide. Ja, schnell runter hier. Oh, der hat mich fast erwischt, Alter. Schnell weide. Oh, mir juckt so krank, Alter. Der. Oh, 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 war sie kurz. Ich. Na, ich kann nicht. Ich kann nicht. Jetzt kann ich. Komm, komm. Meiner steht nicht auf. Hey, der Manni, wo bist du? Schlag die Makao da oben den Geist kranken. Ja, Mensch, ich bin ja schon dabei, du. Der leuchtet mir die ganze Zeit mein Gesicht. Warte, ich komm hoch, ey, den kriegst du zum Schaden. Warte, den hau ich um. Mach ruhig, warte noch kurz. Gib dir mal einen richtigen Haken, ey, der. Manni, hau den jetzt einen über den Dudes. Los, Alter. Oh, richtig, im richtigen Moment, Alter. Der hat mich schon erwischt. Umgeknüppelt den Jungen. Hey, stark, Manni. Wo müssen wir jetzt hin, Alter? Über Mauer springen, wie beim Prison Break? Äh, nee, pass auf. Ich glaub, wir müssen hier irgendwo rein. Oh, ich glaub, oh. Guck mal, wir müssen eine Seil, Seilbahn-Arunde fahren. Ich komm, ey, warte, Alter. Woll ich schon immer mal machen. Klingt richtig interessant. Oh, aber wir können erstmal eine Runde memory spielen. Nein, los. Wisch die Karni. Oh, nee, donk. Doch nicht. Wer hat sich das noch angeguckt? Aber ich... Oh, wir müssen so einen Bügel nehmen. Oh, das Ding hängt mich doch gar nicht, Alter. Ghost Kronk. Lass mich bloß vor. Und Vollgoss. Hey, Manni, wie so öhre. Schnell, komm her, mein Junge. Manni. Oder ich lass dich halt da. Wie du möchtest, du. Manni, komm her. Ja, das war wieder klar, das bei dir kaputt hielt das Ding. Das war wieder klar. Oh, jetzt immer im Arsch. Oh, glätte hoch, klätte hoch, schnell. Ich werde angeschossen. Vorall dich, Junge. Manni, Mann. Party, Omar. Ich werde angeschossen, komm hoch, Junge. Ich komm nicht schnell her, ich hab's glatt, ey, der Die schießen auf mich mal an Och Komm ich denn hoch, Junge Ey, ihr wirst du Kreuz geworfen, Junge Alter Renne, Junge Wuhu Komm her, komm her, Manni Mach auf das Tor Und ab geht die Party Rene Wow Oh, die geht so wie ein Stau Alter, geh los Oh, nee, da kann man nicht rüber springen Alter Nia Guck mal, wie schnell aufhundig's Bein ist Das ist doch die Formel A1 Wow Ja, das war Ich hab's geholfen Wir sind ja schnell Wie schnell als die Formel A1 Wenn wir da mit dem Dingern Oh, das war das von den Fängis, ey, wo wir gefunden waren Aber wir haben ihn trotzdem uns nicht aufgeholt, ey Das ist ein bisschen doof von denen Oh, jetzt sind wir wieder mit dem Kopf Oh, das war das Oh, was war das ist doch Oh, was war das? Und trotzdem hat's klappt. Wir sind mal draußen, ne? Alter, die Latexanzüge auch wieder. Geil. Los, Benno. Oh, Leo, Finn, wo bist du? Oh, klettern. Alter, ich hab aber auch ein Kriss wie Movement, Junge. So, bauen wir uns hier erstmal eine Skybase, oder wat? Ich hab ja noch Seven in the White ein bisschen reinget. Ach so, stimmt. Ja, können wir auch machen. Vielleicht können wir da auch ein Krokodil töten. Hilf mir bitte hoch, Papa. Ich kann nicht so hoch, Klettern. Ich dachte, ich kann jetzt voll in die Rohren reden. So, pass auf, hier sind Kops, ne? Hast du gehört? Hopp. Los, hier einmal durch die Büsche. So spiel ich Fortnite auch in mir. Schön in die Büsche ist. Ja, wo bist denn du, Alter? Ne, in die Büsche ist. Du musst in meine Runde rein. Aber aufpassen auf die Koppers. Oh, Mann, der hat sich einfach umgedreht. Konnt ihr nicht dafür. Ich dachte, ihr geht ein bisschen weiter. Kann ich hier nur den langschleichen. Hätte ich den seine Garn geklaut, weißt du doch. So, suck, suck. So, suck. So, suck. Oh, komm her, wo bist du? Jetzt müssen wir zwei hier umlehnen. Ben, wo bist denn du? Ich bin hier, Digga, hä? Wo bist du? Na, ich muss mal weitergehen, du blödfisch. Mach ich jetzt. Drück mal rechtsklick, drück mal rechtsklick und dann siehst du mit dem grünen Pfeil, wo ich bin. Bist du da unten schon, Digga? Ja. Oh, Alter, was? Ich mach jetzt einfach riskant. Ja, renn er durch. Stilgert. Die, die Beine, Jo. Nee, 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 nee. Noch eins weiter unten. Du musst noch in den nächsten Busch. Noch eins weiter unten. Ja, renn in den nächsten Busch noch. Also. Ja, wenn er, äh, wenn er, äh, wenn er, äh, drüben, äh, genau. Ich bin noch ein Busch weiter. Digga, Manni, Alter, wie weit bist denn du hier ran? Ja, jetzt spring da runter, spring da runter, spring da runter. Und jetzt können wir uns die Beine holen. Komm her. Oh, warte, warte, die dringt ja rum. Ich nehme den rechten und du den lenken, okay? Ja, okay, los. Komm her. Zack. Zack. Hoppa. Sei vorsichtig. Komm mit. Nicht da durch. Oh, pass auf. Den hauen wir um. Okay? Komm her. Willst du den ausmachen? Okay, Digga, komm her. Hier oder was weiter jetzt? Ja, ja, lass hier lang, bei dir. Hopp. 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 Jo, das ist aber auch ein gesteiniges Gebiet. Was haben wir eigentlich hier für Handschuhe an, für stylische? Alter, warte, lass mal erst mal Insta-Pick machen. Komm her. Ey, Schnee, Alter, hast du überhaupt deine 16. Oh, Manni vor uns? Müssen wir zwei Leute ausknallen? Ja, die kriegen wir hin. Äh, ich glaube, du musst auf der anderen Seite. Weiß nicht. Guck mal unten. Kannst du da unten hoch oder so? Oder muss ich dir da hochhelfen? Oh, nee, warte, ich kann nicht klären. Okay, warte. Warte, Manni, warte, warte. Und... Zugriff! Die sind ganz schön schnell umgekäpt. Die halten nichts mehr aus, die Polizei. Nee, das ist wirklich gar nicht. Solche schlapfen, ey. Warum verkleiden wir uns eigentlich nicht als Polizisten, ey? Und dann können wir einfach gehen. Ja, wir haben wieder zu einfach, wir Idioten. Komm, aber hoch hier. Oh, die Machine, Alter, ich habe nie mehr die besten Schulden. Oh, ey, der meint, wir nehmen uns jetzt hier so eine Karre und gehen mal vorher. Ey, wer hier zu einfach... Ja, du willst mir über die Brücke fahren, das wird doch klar. Wollen wir über die Brücke gehen oder unter die Brücke durch? Komm, wir klauen jetzt das Auto, komm. Mensch, aber das ist gar nicht mal so schlau. Nicht, dass ich uns denn... Komm rüber jetzt, komm, Manni. Ach, Mann, ey, so eine Scheiße. Komm, wir klauen die scheiß Mistkarre, ich mach das. Dann hau den um da. Manni, mach hin, ey, du musst an die Brücke fahren, Seite. Oh, ich muss fahren, ey, das klopft nicht. Manni. Oh, Alter. Alter, mit der Polizeimütze. Vollgas geben. Vollgas geben. Geh, vollgas. Geh, vollgas. Ja, du hat... Ja, doch, doch, doch. Ja, ja, doch. Das macht man noch mal. Egal. Scheiße. Mann, du mit der Polizeimütze auf. Das müssen wir noch mal machen. Weg hier, ihr Spassi. Manni, ich kann sie nur zweimal gegen... Oh, Manni. Ich kann sie zweimal dagegen fahren. Oh, Manni. Oh, Manni, das müssen wir gleich noch machen. Ich wusste nicht, dass ich hier die Hornschaltung mache. Mann, gib Gas jetzt, um Vollgas. Ja, nee. Da hättest du doch einfach mal umgefahren. Zweidrauch. Oh, Alter, Alter. Jetzt geht's los hier, oder was? Oh, Manni. 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 Mensch, jetzt sind wir Toad, oder Bart? Scheiße. Ey, ich hab die Kornis im Arsch. Was ist denn da, Manni? Oh, Manni. Mensch, unter der Pukki, da hätten wir schön Stealth laufen können. Oh. Jetzt kommen hier auch noch zwei Tören. Ich werde mal stehen. Oh, trust me. Hey, wo bist du eigentlich? Ich muss ja nebenbei schreiben. Ey, guck mal mit denen auch noch. Mit denen auch. Oh, Alter. Tempel ran, oder wat jetzt? Äh, Manni, die hau mich. Ja, weil du zu lang warst, du. Alles gut. Oh, Alter, der hat einen Kickinglicht aus Mist wie. Oh, shit. Also, wat denn dit hier? Komm hin. Komm hin. Oh, jetzt lassen wir los. Oh, oh. 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 Da hab ich kurz nicht realiert. Ja, schade. Der Hund hat dich denn jetzt auch gefressen. Hoppy. Komm her, mein Junge. Schade, Bro. So geil. Okay, jetzt nur was. Komm her. Ich fang nicht auf. Springen. Boah, Alter. Beatrun, oder wat? Hast du dich teleportiert, Junge? Mann, Digga, zurück geht da. Die Scheiße, das, Junge. Digga, Mann, ey. Um tausend sind so lange. Jo, okay, Luca, Digga. Gib dir noch einen Kick, Junge, ey. Komm her. Ich fang nicht auf. Digga. Ich hab' gelernt aussehen. Hey, Mörkel. Also, ich sag's, wenn's... Das ist gut fürs YouTube-Video. Meins ist guter Content, oder was? Du musst mal so ne richti... Du musst eigentlich aus den... ...richtiges Highlight schneiden, Digga. So richtig idioten, Digga. Boah, Digga, was für'n Buu. Sorry. Ich spring' gleich rüber mit Eimer, Digga. Ah! Oh, ich hab's gefangen. Oh mein Gott, Luca. Wuff, 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 wuff. Fast, Junge. Wär aber nicht dreimal runtergefallen, ey. Alter. Alter. Uff. 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 Ja, 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 hm. Hey, hey. Just tell him, this is the deal. You either take it, or not. Got it? Ja, ja, hm. Hey, hey. Just tell him, this is the deal. Oh, das ist Harvey. Das ist der Typ, der wegen mir ausgebrochen ist. Den wollen wir töten. Wollen wir den töten? Weil der irgendwie... ... Familienmitglieder von uns getötet hat. Oh. Deswegen sind wir ausgebrochen. Das ist die Storyline. Was? Digga, cool, dass du mir die jetzt hast. Hättest du mir vielleicht... Mann, Digga, nee. Du hättest es einfach mal aufpassen müssen. Digga, jetzt ob du das wusstest. Ja. Hör auf. Mann, Digga, das hat mir erzählt, ja. Hör auf. Yeah, but I'm not sure the men we have right now are my problem. You just need to find them. You got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes. Rise down or no deal. Okay. No deal. Yo, okay, Digga. Digga, Luca, wie lange willst du noch machen? Ich bin müde. Mann, Digga. Wir haben das Spiel nicht mal ne halbe Stunde gespielt jetzt. Naja, wir können ja die halbe Stunde mitnehmen. Ich bin nur eh müde. Ich weiß auch nicht. Du musst ja morgen noch in der Schule. Digga, Digga, das ist so Cap. Du bist... Digga, das ist der größte Cap überhaupt. Nee, Digga, ich schwöre wirklich für Müde. Ich werde mit welchen Sissern. Yo, yo, Digga. Wollen wir denn jetzt aufhören? Weil dann kann ich mich ins Bett bauen. Mann, Digga, du läst dich eh nicht ins Bett. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich sind jetzt nett wie YouTube-Kurke im Bett. Das ist der größte Cap überhaupt. Digga, wirklich? Jetzt fängt das Game an, Digga. Jetzt macht's richtig los. Digga, es ist wirklich der größte Cap. Ich bin echt müde, Digga. Digga, wie willst du denn da auch runterkommen? Ohhhh. 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 Ahhhh. powahhh. Boahhhh. Hopp! habe jetzt 160 k ich hoffe dass morgen eigen weg oder so kommen die gar nicht da so einigen um ich den bruch abholen greifen und stürmer der mann richtig fischer stürmer die alleine weg hier oben worum ist gar nicht mehr wenn ich über klettern können jetzt geht's los das ist der 7 vs. White Simulator wir müssen einen fisch fangen und ein feuer machen naja guck mal wie ich das ding hier fange alter ach da kriegt man ein speer blaß mal blaß mal den hau blaß mal du lüter ich schnitz mal ein speer meint ihr kommt doch irgendwann feuer wenn ich mich an der blase machen wir erst mal den fisch das ist doch der das ist doch der das ist doch der das ist doch der fisch in lady meinst du kriegst so ein fisch gefangen in die ich glaube ich raus geholt komm her ich mache das feuer an und jetzt los morandi funzel sagen vorher auch noch noch ein fisch und dann können wir mal ein leckeres abendbrot essen hier man die schön noch zu mir extra hier jetzt werde ich angerufen die fische die müssen wir helfen ane in am 1 das ding ist ja nicht also eigentlich gucken wir nicht nur einfach wenn ich rüber und guck was sie macht aber so eigentlich die jetzt nicht vor irgendwas zu machen aber wenn sie nicht vor hat machen wir das nachmittag zusammen zu oma und guck mal was sie macht dieser warum wissen was mein dorf ja aber man das ist best bist du du arschloch wirklich was keine ahnung Ja, ich weiß nicht, dass mein F***ing Feet hurt. Wie geht es dir? Ja, ich bin gut. Du bist ein schwerer Mann, oder? Es ist nicht so, dass wir hier nicht so haben. Ja. Ich weiß nicht, dass wir hier nicht so haben. Was bist du in für? Das ist etwas, was ich nicht getan habe. Du bist so innocent, oder? Du bist so innocent, oder? Du bist so innocent, oder? Ja, sicher bist du. Was? Was? Ja. Gehen wir jetzt ins Bett? Du hier jetzt nicht ins Bett, und ich hier nicht ins Bett. Aber wir können das Spiel gerne beten, wenn du was sagen möchtest. Aber, nein, ich hier... Dann würde ich ins Bett. Man, du jetzt mal Nackis versenden. Ich hier ins Bett. Ja, ich wäre mir welche gesendet, aber ich hier nur ins Bett. Und wenn, dann ist das Univide, weil ich hier eigentlich meine Doku weitergucken. Digga, ich schwöre, ich hier jetzt nicht ins Bett. Und gucke Dokus. Falls nicht, soll mich der Blitz beim Scheißen gucken. Ich schwöre.